Also ich bin da, ich lade noch, zwei andere Homies sind am Start, ja ich glaube wenn er so langsam lebt wie jetzt gerade, dann hängt hier das Spiel jetzt jeden Moment wieder auf, wahrscheinlich ja, so war es die ganze Zeit zumindest, ja Ah cool, jetzt raff ich das, alles klar Ah leider bald bewegt sich noch, noch, ok So jetzt sind wir bei 90% Und ich muss neu starten Soll ich jetzt drin bleiben, bis du wieder rein joinst? Ja Naja das ist ja Demo ne, die haben ja eh gesagt, die Demo kommt ja nicht, nicht so krass ran an das echte Game Von daher berückt mich das schonmal, weil wenn sie da den Bug dann nämlich nicht haben Das wär ja generell schon mal vorher ein bisschen spielen durfte, da ich schon mal die Ehre hatte Ja, ich jointe nach. Okay. Gucken, ob das klappt. Der lädt jetzt aber schneller. Immer als wenn der sich aufhängt, lädt der so langsam. Das ist ganz schön dunkel hier. Okay. Okay, bin dabei. Ja, man. Gimbal joint. Die Waffe, die ich jetzt habe, die eine, die gefällt mir schon mal gar nicht, weil die nur Impulsfeuer hat. Ja, meine auch. Meiner macht so ein Bötz und Geistschuss. Ich habe die Impulsfeuer, egal welches Spiel, ey. Das ist einfach nichts, was man haben möchte. Oh, da ist noch eine, ey. Jetzt habe ich hier noch so ein halbautomatisches, das macht eigentlich ganz guten Schaden. Das war ganz gut. Ja, das halbautomatische macht ganz guten Schaden, aber das andere, Alter. Dreck. Einfach Dreck. Ja, also ich finde beide Waffen eigentlich gar nicht schlecht, aber das regt mich einfach auf, dass die eine immer nur so drei Schuss am Stück raushaut. Naja, genau. Muss ich jetzt, wie so wie er da drückt, äh, Maus drücken, ey. Ja. Dann habe ich noch so eine Heavy Pistol, die ist ziemlich nice. Oh. Oh. Sumner's not in the crashed suit. He must have taken it off for some reason. Hello? Hey Laser, is that you? Sumner? Matthias? Yes, it's me. Bloody scars, I knew I couldn't take them and there was a crack in the rock. And you couldn't fit into it while wearing a javelin. Wait, I think this passage leads me to the ruin I was looking for. I'll keep going. Stay where you are. wo ich fang dauer verliegen schritte geflogen er das wird die noch ein paar mal passieren Aber ich sag dir, es macht schon Spaß Wo sind sie hin? Die sind nach hier unten, müssen wir Ich hab auch noch gedacht, die müssten nach oben zu denen da Los Ich krieg voll den Schaden rein, Alter Ich bin doch fast down gegangen, Alter, weil ich am Brennen war Was ist denn hier los? Jungs, schäpp doch einfach mal Zack Ich laber noch Was? Ja Das hat sich schon wieder aufgehängt, ich weiß nicht Das darf gar nicht lange dauern Ach, der Ladebildschuh, aber der Ladebank war von mir grad mal so ein Viertel voll und jetzt bin ich aber schon drin Ja Geil Hallo, da bin ich Hehehe, gelass iiiiih Multi Kill Wo sind die Gegner? Nein, ich bin eingefroren. Nicht gut. Ach. Alles halb so wild. Oh, jetzt ein dicker Gegner. Oh ja. Ähm, ich weiß nicht genau, wie man den richtig tötet. Ich glaub, der macht so eine Special Attacke und dann auch die... Ah, er ist schon tot. Aber da kommen jetzt noch zwei, drei andere, glaub ich. Ah ne, wir spielen auch normal. Rare Item bekommen. Naja, auch ein Weltmissobjekt irgendwie. Uh, das war knapp. Oh, das wird auch wieder knapp. Ah, ich glaub, das macht unser Schild kaputt. Das ist so nice. BAM! Alter, um geht das jetzt hier runter? Junge! Junge! Hey, was geht ab? Ja, was geht ab? Ich stehe auf dir drauf. Ah, hier sind die an den Titans, alles klar. Vorsicht, über die Ringe drüber springen. Oh, Junge, was macht die Drehbier, Alter. Über die Ringe drüber springen. Alter, ich bin... ...wir gut wie tot. Boah, Alter. Wieso bin ich in meinem Schutzkreis denn verreckt, Alter? Kommt drauf an, oh fuck, gegen was der ist. Ja, so, ja gut, hab ich nicht drauf geachtet. Gut zu wissen. Da ist auch verschiedene gibt's. Wo seid ihr denn alle? Was macht ihr denn? Chillt ihr hier hinten rum? Auch die Wüste schießen, Alter. Da kriegen die richtig Schaden rein. Der S ist down. Autsch. Vorsicht, hoch. Wieso hoch, Alter? Wenn diese Ringe kommen, musst du drüber fliegen. Ach so, ja gut. Oder drüber springen zumindest. Ja, wenn mir jetzt gerade alles überhitzt, ich konnte... Okay. Shit. Ja, die Energie, alles wieder da, korrekt. Meinst du diese Ringe? Ja. Autsch. Alter. Boah, von dem wird die Scheiß-Revelin überhitzt, dann ja auch, ne? Ja. Man darf nicht die ganze Zeit... Nein! Shit! Bei mir ist die ganze Zeit überhitzt, Alter. Ich kann doch nicht was dagegen was tun, ey. Ja, ich bin so gut wie down wieder. Vorsicht, weggekommen. Aber kann ich auch hier oben draufstellen, einfach. Okay, der zweite ist down. Alter. Alter Schwede. Okay. Mission completed. Was auch immer, der tanzt? Der tanzt? Gibt's Baguette? Ich bin so gut. �� verđut. Vielen Dank.